Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Blood Party mit Long und Nessa. Hi, jetzt hab ich aber noch das Bier im Bild, verdammt. Ich dachte, wir lernen, wir sind richtig gut. Hallo zusammen. Hey, ich hab doch 3, 2, 1 gesagt. Ach so. Ich hab aber noch gar nicht aufgenommen. Hallo, jetzt nehm ich auf. Okay, auf. Hallo, hallo auch bei Long. Hallo. Hi. So. Applaus dafür. Keine Ahnung. So, Long hat das letzte Mal gesagt, ich war im Urlaub. Und Nessa hat Alkoholprobleme. So. Ja. Dann fangen wir an. Wir spielen heute Together Forever. Long, ist bei dir alles in Ordnung mit der Aufnahme? Jaja, bei mir ist alles okay jetzt. Okay. Dann, wir haben 6 Minuten. Nessa? Was war das? Das war nichts. Ja. Okay. Nessa? Bin direkt hinter dir. Was? So, jetzt hab ich auch die Musik. Sehr schön. Wo ist Nessa? Hier ist Nessa. Da. Nein, der Löffel, was? Ach, du bist, das gibt's doch nicht. So, Nessa, guck mal. Warte, ich will hier ablegen. Guck mal hier. Oh Gott. Guck mal hin. Ah. Wo müssen wir hin? Wir müssen uns in die andere Richtung schmeißen lassen, weil da hinten ist so ein Ding. Da hinten ist so ein Ding. Gerade nicht. Warte. 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 Jetzt vielleicht. In die andere Richtung. Hä, was? Ach, da und da muss dann der Kopf drauf? Nein, da muss nicht der Kopf drauf, also der Körper. Langfristig müssen wir nach da oben, aber erstmal müssen wir hier. Nein, mein schöner Löffel. Okay, wird auf jeden Fall zu blöd, das ist schon mal gut. Alter. Moment. Ja, wir haben's länger nicht mehr gespielt. Ja, was ist denn? Ah, ich hab's geschafft. Echt? Ja. Ich hab's länger nicht gespielt. Hä, aber Alter, das ist ja jetzt mal passiert. Ich bin übrigens gasgelandet und die Tür oben ist auf. Ouch. Ach so, die Tür oben ist auf. Aber wie hast du das gemacht? Indem ich da hinten drauf geflogen bin auf die andere Seite. Ja, aber wie? Ja, gegen den Hammer springen. Ach, du musst dagegen springen. Wuuu, Alter. Oh nein, 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 nein. Moment. Toll. Kann von vorne anfahren. Ich bin jetzt irgendwie nicht. Ich bin nicht nebendrüber angekommen. War ein bisschen blöd. Okay. Wuuu. Wuuu. Ich bin da echt. Jawoll. Ja, ja. Ich hab's auch geschafft. Wuuu. Aber du musst auf die andere Seite. Du musst gegen den Hammer springen. Moment mal, ich dachte das ist Koop. Ist es auch. Und warum gibt's bei Koop eine Tür? Aber guck dir mal die Löffel an. Auf den Löffel sind Herzchen. Au. Bist du in der Wand? Hä? Bist du da durchgegangen? Auf den Löffel sind Herzchen. Ey. Ja, jetzt musste nur einer hier rüber und dann den Knopf drücken. Ja. Und jetzt? Nichts. Ja, das ist jetzt hier vorbei. Ne, hier geht's weiter. Oh Gott. Alter. Ich bin gegen deinen Löffel gelaufen. Der hat mich weggebasht. Äh, ich glaube ich bin hier nicht. Ist das gut? Nein, nicht. Wir crouchen also. Oh nein! So wie es früher bei Conan ging. Ey, wie kommt man denn hier durch? Oh, ich darf's nicht mit dem Kopf. Oh ja, ich bin auch mit dem Kopf dran. Kann ich die machen? Ach so, Koop. Da muss noch einer hinten. Ey, Moment, wir brauchen wieder den Körper. Ja, wir brauchen wieder den Körper. Hä? Hä? Du musst das schaffen, Long. Wie soll man denn mit dem Körper da drüben ankommen? Ich weiß es nicht. Hä? Oh. Kann man sich hier auf die anderen drauf stellen? Weil ich auch nicht. Oh nein, das funktioniert nicht. Ähm. Einer muss das schaffen. Ja, aber diese letzte Hürde ist das Problem. Kann man im Crouchen springen? Ne, hab ich auch gerade versucht. Ja, aber so kann ich durch. Ja, so kannst du durch, ja. Geht das? Müsst du passen, ja. Okay. Naja, egal, nochmal. Ja, hier ist jetzt eine andere Tür auf. Okay. So, dann kümmere ich mich diesmal drum. Okay. Möchte auch meinen Teil zur Gesellschaft beitragen. Ich nicht. Ja, äh, mein Teil ist aber schon zu Ende. Ist eine Schinkenwurst geworden. Hihihi. Oha, ein Fuß noch verloren, alles gut. Very sad to be a ship. So. Ach so, okay. Tür ist auf. Ich komme. Warte, warte, warte. Ich bin gestorben. Jemand hat schlimme Dinge mit mir gemacht. Oh! Lesser helfe ich nicht. Hier hinter sind Bomben. Oh, geil. Wieso? Ich habe irgendeine Tür aufgemacht. Ah, ja. Warte, bevor jemand neben mir in eine Mine reinspringt. Ich glaube, bei der Mist hast du eine Tür aufgemacht. Oh! Bei mir sind Trambolinen. Ja. Ja, okay. Ja, perfekt. Oh, sehr gut. Alter. Ich bin nur auf dem Schneckchen. Was war das denn? Oh, süß. Ich bin jetzt jetzt die Ipa nehmen. Whee, quink, queng. Was zur Hölle. Ja, Pan, du machst das, ne? Wir warten ja so lange auf dich. Ja, warte, ich versuch's. Ich bin jetzt... Ich bin ja drauf. Ah, ich verstehe. Ne, Pan. Ach so, Pan, okay, warte. Sieh auch fast nicht, ne? Ist noch an? Ne, das Ding da oben brauchen wir halt ne? Das grün. Ach so, das muss nur rechts. Grün, grün, grün. Ne, rot. jetzt grün ja ich habe es geschafft ich sehe es gar nicht mehr wo ist es es ist weg es ist ausgeglichen glaube ich ja der ganze körper muss rüber ja zumindest also mein oberkörper muss auf über den lauten lasergeräusch jetzt noch einmal verstehe ich ja das muss man glaube ich noch mal machen ja und dann war das hier ist das teil guck mal wo ist es wieder da wartet es hat es gerade weg gemacht machen manchmal grünen naja ich weiß nicht das kam gerade hier aus der wand raus wo ist es hier bei mir da ja ich sehe es okay grün und warte stopp stopp vielleicht muss es jetzt wieder ein blau 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 da habe ich so eine perspektive eigentlich geld kriegen wir das hier durchgefahren stopp durch die tür ich glaube wir müssen das level noch mal neu starten alles gefixt gar kein problem ja das war so ein bisschen probespiel da ein bisschen reinkommen auf ja unbedingt empfehlen hier einmal reinzuspringen schade man und es war du siehst wunderschön aus heute ich habe meine haut als bikini angezogen ist das schön die eine map schaffen heute ja oh sie hat an der zeit gedreht wer hat an der woge gettet das könnt ihr doch nicht machen schaffst du es mal 6 minuten vor die lutscher ja ich bin zu weit geflogen ich bin drüber geflogen ich bin schon wieder drüber geflogen hä ich fliege immer dahinter ich fliege zu weit ich fliege zu kurz ok achtung und zack ja ja komm einer von uns muss drauf landen erst dahinter dann davor und dann noch beide komm besser macht hat jetzt ja ich bin zweimal ja 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 was ist das denn wo ich bin ich lebe doch ich lebe doch ja ich hab's ich hab's ich hab's die tür ist auf jetzt ist ja auch zu sterne einer muss nur rüber eigentlich muss nur einer rüber ach komm ich hab's ja Mist Ah zu kurz ich hab mal so oben dagegen geknallt jetzt ich hab's ich hab's sehr gut so perfektes teamwork ja ok jetzt müssen wir hier wieder rüber es war so klar wir hätten das vorhin funktioniert äh dann hast du deine beine verloren beim nächsten also die Nessa konnte sich halt durch ich verliere doch den Kopf oder nur durchlaufen einfach Nessa konnte sich halt durch crouchen ah ich glaube ich weiß so genau so wie du jetzt hä und jetzt da drunter einfach jup ne kein Problem ich mach's schon sehr gut jeder trägt seinen Teil dazu bei nur ich bisher nicht hä ich bin oh oh äh ich hab's nicht geschafft roll ich hab's nicht geschafft ja ich muss jetzt mal meinen Teil beitragen endlich tschüss ey was war das denn Nessa komm ich geh mit dir hier hoch fahr du bleibst unten was passiert denn mit mir hier gerade ich mach das unter euch aus ok friedlich stehen sie zusammen oh nein ich bin ich bin allein ich hab nur einen Arm oh Arm und Hand verloren ähm vielen Dank dass ich respawnen durfte ich hab mich sehr darüber gefreut hä warum ich hab den Löffel weggeschmissen jetzt müssen wir aufpassen dass der nicht durch die Wand glitcht ich weiß auch nicht alter lauf doch nicht voll Alter lauf doch nicht voll ja ha 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 ja ich hab echt Probleme also ok ich muss jetzt wirklich strukturiert vorgehen ich geh durch wieder ja eine Long macht es jetzt mal ok du musst es reicht denn deine Geschwindigkeit ohne Körper oder sollen besser das besser machen ja das reicht eigentlich besser kann ich lass einfach nur geradeaus durchfahren achso ich muss drauf bleiben hier ne du musst es ant ja jetzt nach rechts wieder aber nicht zu weit ein Stück nach rechts nach vorne ok und jetzt wieder links und vorne ja und jetzt wieder rechts und vorne dum 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 ja perfekt und das klappt ja man aber diesmal sind wir richtig gut willst du mich nicht zurückholen ok 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 respawn aber bin ich ja wieder dahinter ähm wann sind so Geräusche hier nooo ha 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 ich glaub ich hab's du wake up griftig ich hab auf einmal die lasergeräusche in die vorlaube ich hab auf einmal die lasergeräusche in die vorlaube wo ist denn hier ein checkpoint jaaa gibt's hier kein checkpoint go holen und die neue lasergeräusche hier so am eskalieren komm her komm her komm her ja man besser wuuu in der zeit geschafft äh mein spiel ist gerade äh ok schön dass ein neuer geforce äh treiber ähm der hab ich vorhin schon weggeklickt boah wir schaffen jetzt sogar noch eine ich hatte nen sound bug der war ärgerlich jetzt am ende mann 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 ja mit den lasern ne ja 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 cool dann können wir jetzt direkt noch aufeinander draufkloppen genau und zwar bei burn 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 mit 15 leben und 8 burn mother fucker burn ok ähm ich bin bereit ich bin bereit agressionen aufbauen oh das sieht wir müssen uns brüllen ich fang direkt damit an irgendwie sieht das so aus als ob nessa hier äh spaß hätte geboren wäre mit ihrer mit ihrer haut ey was für ein glück ich hab doch kein glück nein nein komm du schaffst es boah knapp haben wir leben haben wir ja oh nein hahaha was auch irgendwie bin ich weggepast . das ist das warum nehme ich den sag mal so geht es nicht so geht es nicht Freunde wer als nächstes hier rauskommt er fitten wir aber noch Au! Oh, 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 oh! Ha! Okay. Aua! Puh! Wie sieht das bescheuert aus? Was macht ihr denn da schon wieder? Ja! Ja! Nein, nein, nein! Du kannst es noch! Du schaffst es noch! Du schaffst es noch! Alter! Alter! Wer hat mich da jetzt runtergeschmissen? Oh, treff ich dich nicht! Ich bin hier... Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh nein! 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 Naja, ich mein, es war ja irgendwie ein kleiner Zirag kommen muss. Okay. Ich brenne? Oh, egal. Ja! Ey, Mann! Vanessa ist echt fies heute! Ich hab euch nichts getan! Oh Gott! Schnell weg von den beiden Verrückten! Oh, oh, oh! Oh, oh! Okay, das ist... Wow, 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 wow! Okay, das klappt nicht! Oh, Moment! War ja toll! M! Und jetzt? Okay! Nein! 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 Oh nein! Meins ist kaputt gegangen! Was ist das denn? Ah, Mist! Der Long, der wartet schon, wir haben mit dem Löffel... Okay, warte, 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 nein! Oh! Na komm! Ich hab noch sechs Leben, vielen Dank auch! Ich hab noch acht! Ey, das geht nicht in einem durch! Wie macht ihr das mit den blöden Hühnern? Ah, meins geht kaputt! Immer vorm Ende! Tschüss! Man darf nicht so lange warten, oder? Nee! Nee! Wehe! Wehe! Wo bist du? Alter! Ich kann... Wenn du einen mit dem Löffel berührst, dann reicht das schon! Ich konnte nämlich nicht mehr schlagen! Ja! Aber jetzt... Nee, ich kann nicht schlauen! Wenn ich das jetzt nicht mehr rüberschaffe, ne? Dann hast du verkackt für heute! Wer ist das denn hier? Alter! Oh! Oh! Ein Long, ey! Okay, ich lass es... Nein! Ich hab noch zwei Leben! Nein, ich bin jetzt... ich bin jetzt lieb! Das hier ist eine frustrierende Stelle! Nein, nein! Da war kein checkpoint, ne? Da war kein... Nein, ich Idiot! Ja, eben! Da, wo ihr seid! Ja, eben! Ah, Mist! Nein! Ha! Hast du doch sogar noch geschafft! Ha! Ich bin out! Ha! Oh, arme Nessa! Hä, du schaffst es voll weit mit dem... mit dem Dings! Nicht weiter, ja! Ja! Wee! Oh, der Long, der ist... der ist der Meister der Hühner, ey! Er rumschafft! I believe I can fly! Ha! Ha! Mit so einem Wun als Bild! Hm! Okay, dann mal rüber! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah! Nessa, ich war unschuldig! Ha! Ja! Ich nicht! Hm! Karma! Boah! Ich hab euch dieses Mal gar nichts getan! Ja, ich euch schon! Es tut mir sehr leid! Ich ein bisschen! Also, einmal mit dem Löffel lassen wir aus Versehen, weil ich hab gar nicht geschlagen und du bist trotzdem runtergefallen! Dafür gibt's Burn 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 2! Oh, direkt die nächste Runde? Noch in dieser Folge? Ja! Wir haben gerade mal... Krass! Also, 17 Minuten! Wir ziehen das durch, ne? Obwohl wir die erste Runde so verkackt haben! Ja! Ey! Nessa, ey! Ha! Nein! Boah! Alter! Was ist los mit euch? Boah! Oh, war das knapp, ey! Ja, du musst wahrscheinlich... Oh! Verdient! Mal gucken, ob die Panik schafft! Mal gucken, ob die Panik schafft! Ja! Ja! Oh! Schade! Man muss, glaub ich, den... Man muss den Kopf werfen wahrscheinlich, ne? So! Oh nein! Ah Mist, jetzt muss ich hier aufräumen! Ja, das könnte so sein! Eieiei! Eieiei! Wie komm ich denn hier durch? Huhu! Huhu! Der Kopf! Also, ich rate dir, geh nicht zu nah an die Bomben mit dem Kopf! Das macht kalt! Ich weiß! Das ist mit dem Körper auch so! Oh! Ja, der Kopf zer... Der zerplatzt sofort irgendwie! Hä, wie hat der... Warte mal! Wie hat der Longness da durchgeschafft? Aua! Ich versuch gerade mal was anderes! Oh! Was ist das denn hier? Das war ja eher... Ah, doch, es hat... Ne, hat es geklappt? Hä? Wie soll man denn hier durchkommen? Hä, wie soll das denn klappen? Au! Ne, nicht... Trouchen oder was ist denn? Ah, ich hab's geschafft! Oh! 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 Ich hab' den Weg schon mal ein bisschen aufgeräumt da vorne! Na... Gibt's da keine andere Lösung? Ah, okay! Die paar sind echt noch hier durchgekommen, krass! Warum brennt man hier immer? Voll unfair! Mann! Es heißt doch burn, burn, burn! Boah! Ich bin sogar mit dem Körper hier hingekommen! Irgendwie... Puh! Was ist mit den Nässern? Haben wir die zurückgelassen? Fahr an, warte mal eben auf die Nässer! Fahr an, warte mal eben! Ist so schlimm! Kannst du halt unten warten, kein Problem! Ich muss den Kopf aufwerfen! Ich wieder... Au! Au! Ach! Glück! Ach, geschafft er! Okay! Oh, wir haben nur 3 Minuten, ne? Ich könnte ja schon mal freundlicherweise den Weg hier frei rollen, aber es ist versus, also... Boah! Oh je! Oh je! Okay! Puh! Upsa! Au! Mhm! Ah, okay, jetzt ist man tot! Oh, die Pan ist da! Hier gibt's keine Löffel oder sowas! Oh, das war die Pan! Da hat sich der Kopf geplatzt! Hat sich lecker angehört, ne? Ey, war das die Pan? Nein, komm! Ah ja! Das ist da vorne, war Checkpoint, okay! Oh! Bleib weg! Bleib weg! Oh, wir brauchen den Kopf! Ist schwer für dich, oder? Was? Den Kopf! Nein! Jetzt hab ich hier den Weg freigeräumt davor! Ja! Yay! Ich hab's genau bis zum Checkpoint geschafft! Jetzt bin ich in die nächste Mine rein! Das kann doch nicht wahr sein! Das ist doch... Ah! Die nehmen wir jetzt auch noch mit! Okay! Wie soll ich denn da hinten ankommen? Wie soll man denn hier durchkommen? Boah! Huh! Ne, ne, ne! Ich hab nur viel neben! Oh Mann! Ich auch! Nein! Ich hab drei! Warum ist der Kopf tot? Okay, wir lassen uns in Ruhe! Obwohl es ist Versus! Haha! Nein! Nein! Willst du dich echt nicht mehr anlegen? Nein! Ach, Mist! Okay, meine Leben sind echt... ...nicht gut! Ähm... Puh! Boah! Junge, Junge, Junge! Boah, sind die schnell! Ja, ne? Sie sind ultra schnell! Ich hab doch echt... Boah! Du musst dich ein bisschen konzentrieren hier! Schnell! Nein! Nein! Oh! Nein! Ich hab nichts gemacht! Ja, ich auch nicht! Das war nur einfach so Reaktion, weil ich fast runtergefallen bin! Hab ich einfach alles gedrückt! Oh, der hier ist langsamer! Nein! Oh, das kann doch nicht... Was ist das denn? Wie ist man denn hier durch? Ich bin out! Ja, der ist langsamer, weil da auch ganze 3 Dinger dran sind, oh Gott! Alter, nein! Am letzten! Nein! Oh nein! Nein, 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 rein! Das kann nicht wahr sein! Das ist so ein Ziel! Und jetzt habe ich noch 13 Sekunden, wie soll das denn klappen? Das klappt. Das klappt! Oh Gott! Geilste Bewegung, ey! Oh, Junge ist out! Genau. Die Überschaft ist noch. Boah! Hab ich noch... 1 2 aber schnell schnell alles gut ja ja das war heute ja ja das war auch nur meine folge weil ich lang zusammengeschissen hat ja mit wehe ich komme jetzt nicht mehr rüber ja und dann naja ach ja dann habe ich gewonnen das war ja auch noch heute hatte ich ein bisschen mitleid und ja nein niemals zögern kein mitleid haben kein mitleid haben das sollte man eigentlich mittlerweile wissen wir sehen uns aber in der nächsten folge wieder bis dahin macht es auf jeden fall gut